Was passiert, wenn wir ein bisschen Schwung reinbringen? Versuch mal das hier! So, wenn ich es jetzt sehe, so, Comic-Killing-Flo 2, halt, Pickett-Modus, ja, so, vielleicht die Eierköpfe, Spaghetti und Kartoffelköpfe, Eierköpfe, cool, ah ja, so, halt, äh, Rüsselworps, naja, am endlosen Modus halt, da haben sich ein Dicker mal Neues einfallen lassen, da ist vorgestanden auch in der von mir gefundenen Klitsch-Ecke, Biotika-Labor, wenn das Klitsch immer klappt, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, mal testen, hab ich schon ein Video davon schon vorgestellt, halt, so, Ha, ja, Pickett-Modus, ja, so, da fliegt die Melone da rum, ey, cool, wie so eine dicke Melone, cool, gell, fällt mir. Boah, leck, eine Spinne mit dem dicken Kopf, boah, leck, das wird noch. So, jetzt krönen wir das Ganze. Gleich kommt die Hexe, die Witch, die sieht aus wie Michael Jackson. Kommt mir die Hexe. So, dann müsste es gleich kommen. Tschüssi, Michael Jackson, ey. Zellig. Die Eierköpfe, da ein Junge, die Muschikaka, ein Junge. Zack, Pfaffel, Kartoffelköpfe. Gut. Und da haben sie schon da, hier, grünen Dorschau hingemacht. So, jetzt kommt, jetzt kommt die Hexe. Sieht aus wie Michael Jackson ein bisschen. Hohoho, früher. Keine Ahnung. So, naja. So, es war's.